Meine sehr geehrten Damen und Herren, einen schönen guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde. Ich freue mich, dass ich Sie heute Abend hier zu unserer kleinen, aber feinen Abendveranstaltung begrüßen darf gegen TTIP und CETA. Wie können wir und was können wir tun, damit wir diese beiden Handelsabkommen und Investitionsabkommen noch mit stärkerem Protest belegen? Ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich hätte mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr Gäste erwartet, aber vielleicht ist auch nach dem Aktionstag am Samstag und vielen anderen Aktivitäten auch ein bisschen eine Müdigkeit da, sich weiterhin mit TTIP und CETA zu beschäftigen. Gestern und der Streik. Ja, ich bin auch mit dem Fahrrad gekommen wegen des Streiks, aber immerhin pünktlich, sonst würde ich ja nicht hier stehen. Ja, nochmal, gestern hat die neunte Verhandlungsrunde zu TTIP begonnen. Wir sind also nach wie vor mitten in diesem Aushandlungsprozess zu diesem bilateralen Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und Europa. CETA, das andere Abkommen, mit dem wir uns heute zumindest auch beschäftigen wollen, ist ausverhandelt. Das sagen uns zumindest die Regierungen, aber noch nicht durch den parlamentarischen Prozess, zumindest nicht in den 28 Mitgliedsländern Europas und auch nicht durch den Deutschen Bundestag gegangen, sodass also erhebliche Hoffnung besteht, dass man durch das parlamentarische Verfahren in den EU-Mitgliedsländern eben doch noch einiges tun kann. CETA ist verhandelt worden hinter verschlossenen Türen mit wenig Öffentlichkeit. TTIP hat es dann, das wäre auch nochmal herauszufinden, warum es denn gelungen ist, TTIP so frühzeitig im Verhandlungsprozess eine Öffentlichkeit zu verschaffen. TTIP hat es geschafft, CETA, also dem kanadischen Europäischen Handelsabkommen, ebenfalls Aufmerksamkeit zu geben. Und von daher besteht ja immerhin die Hoffnung, dass der große Protest, der Widerstand, die Öffentlichkeit gegen TTIP vielleicht doch auch noch einen Beitrag dazu leisten kann, dass man CETA kippen kann. Viele hier im Raum beteiligen sich an diesem Protest. Wie gesagt, wir hatten den Aktionstag und zu TTIP gibt es was Wunderbares, nämlich zum ersten Mal, zumindest im Kontext eines solchen Projektes, eine europäische Öffentlichkeit. Und ich denke, das ist so wichtig, dass europäische Länder gemeinsam, Aktivistinnen und Aktivisten gemeinsam versuchen, dieses Handelsabkommen und Investitionsabkommen der Europäischen Union zu verhindern, wie schwer es ist, europäische Öffentlichkeit zu organisieren, politische Systeme, die unterschiedlich sind, auch die Zivilgesellschaft, die jeweils anders organisiert ist. Das, denke ich, sollten Sprachbarrieren, die wir weiterhin haben. Das ist schon etwas, was wir im Kopf behalten sollten, wenn es darum geht, dass wir europäische Öffentlichkeit herstellen müssen. Umso toller ist es, dass mehr als 1,6 Millionen Bürgerinnen und Bürger Europas sich in der Bürgerbewegung zusammengeschlossen haben. Hier hilft uns natürlich auch Internet, die digitale Welt, dass diese Unterschriften zusammenzubringen sind. Aber ich möchte auch gerne die Gelegenheit nutzen, dass jeder und jede von Ihnen helfen und beitragen soll, weitere Bürgerinnen und Bürger dazu zu bekommen, diese Bürgerbewegung Europas zu unterstützen. Und ich sage das deshalb, weil mehr als was wir bisher zu TTIP haben sammeln können, leider auch für eine andere europäische Bürgerbewegung, die sich auch Bürgerinitiative Europas nennt, sammelt, nämlich wenn es darum geht, Rechte von Frauen abzubauen. Das sind neokonservative Kräfte, die ihrerseits gegen Abtreibungsgesetze mobil machen, und Lebensschützerinnen und Lebensschützer, die sind es auch, die bereits 1,8 Millionen Unterschriften gesammelt haben. Und wir sollten alles tun, denen nicht die Oberhand zu lassen, sondern eben genau die Unterschriften gegen TTIP und CITA zu sammeln. Wir möchten uns heute Abend und werden uns heute Abend ganz sicherlich beschäftigen damit, wie der Stand der Verhandlungen sind. Dazu haben wir wunderbare Gäste heute Abend, die darüber berichten werden. Wir haben aber mit Maud Barlow auch eine Frau, eine Aktivistin hier, die unglaublich erfahren ist, wenn es darum geht, wie man eigentlich Protest und Widerstand organisiert. Mit Shefali Schama und Katharina Tröge haben wir zwei, die ebenfalls Shefali zumindest von den Aktivitäten transatlantisch, also was passiert in den USA, uns einiges erzählen kann, Mord aus Kanada, wie wir uns gegen TTIP und CETA gemeinsam rüsten können. Ich freue mich darauf, dass wir uns auch unterhalten wollen, wie wir auch transatlantisch und nicht nur innereuropäisch unsere Netzwerke stärken müssen. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt bei unserem Hauptgast heute Abend bei Maud Barlow. Maud Barlow ist Kanadierin. Sie ist eine der führenden Aktivistinnen der Welt, wenn es um Schutz von Wasser geht und vor allem auch, wenn es um Kampagnen geht, Privatisierung gegen Wasser zu stoppen. 2010 gelang es Maud Barlow gemeinsam mit vielen Mitstreiterinnen, die UN-Generalversammlung dazu zu bringen, den Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitärer Versorgung als Menschenrecht anerkennen zu lassen. Maud Barlow leitet seit 1988 den Council of the Canadians. Das ist die größte kanadische Bürgerbewegung, Bürgerrechtsbewegung. Sie hat damit und kennt damit nicht nur die Wasserkämpfe und viele andere soziale und Umweltkämpfe Kanada. Sie war ganz bestimmt auch eine der wichtigen Personen mit ihrem Council of Canadians, das sich eingemischt hat in NAFTA, also den Handelsvertrag, den nordamerikanischen Kanada, USA, Mexiko. Auch davon wird einiges zu berichten sein. Maud Barlow ist alternative Nobelpreisträgerin. Sie ist Mitglied im Future Council und sie ist nicht zuletzt Autorin sehr wichtiger Bücher, unter anderem das Blaue Gold. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist das Buch, das sich eben genau mit Wasserkämpfen und Wasserpolitiken weltweit beschäftigt und der Bedeutung von Wasser insgesamt nochmal eine wichtige Rolle gegeben hat. Ist auch in Deutschland erschienen. Und es gibt nun Ihr neues Buch, das gibt es auch draußen, Blaue Zukunft, auch das können Sie hier heute Abend erwerben. Auch da geht es einfach nochmal darum, nicht nur zu kritisieren und das finde ich schön, dass Maud immer beides zusammenbringt, die Kritik an den laufenden Politiken, sondern sie auch Lösungsmöglichkeiten aufzeigt, wie wir mit Protest eben auch andere Politiken durchsetzen können. Also Maud ist eine Frau, die Mut macht, die alle begeistert, wenn es darum geht, zu sagen, ja, es lohnt sich, politisch sich einzumischen und zu kämpfen. Ich bin auf jeden Fall auf Ihren Vortrag gespannt und freue mich dann im Anschluss daran auf die Diskussion mit Shefali und Katharina Tröge. Herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön, Barbara. Thank you very much for a beautiful introduction. I am so sorry I don't speak German. Everybody, you know that there are translation devices if you need them. I want to thank you Barbara and Heinrich Bohl Foundation for putting on this evening and for all the fabulous work you do. I want to say a special shout out to Jürgen Mayer who did so much wonderful work putting the Civil Society Dialogue together on Monday where I had a chance to meet your charming Chancellor. And to the folks at Compaq, Jörg Haas and others for the wonderful work Compaq and other groups are doing. A big shout out to Dorothea Harlan and the Water Table, Dorothea, I don't know, there you are, there you are. And just to tell you that the Water Table has got information out there. This is a very important fight to stop the future privatization, you pretty well stop the current privatization, future privatizations. And we met today to talk about how Germany could become interested in something we're doing in Canada which is where municipalities vote themselves to become a blue community and promise to protect their water as a public trust and a public service and a human right. And we figured that was a better thing for Berlin than the Olympics. We kind of figured it would be less expensive and a whole bunch, much better. So I just want to talk a little bit about what we're all experiencing. Yes, she's done great work. What we're all experiencing together with this corporate-led globalization. And I think it's important for us to have this conversation because in my country, people say, well, what's wrong with a trade agreement with Europe because Europe is so wonderful. They've got better standards than the United States. We were totally opposed to the free trade agreements with the United States. There was one before NAFTA. Actually, Canada and the United States formed the first free trade agreement in the world in 1989. I apologize to you for that. And then it became NAFTA and that became the model. But a lot of Canadians say, but Europe is different than the United States. The standards are higher, so that's good. And I know that in Europe, you either think Canada doesn't matter, let's be honest, or you think that we're also a very wonderful progressive country. And I have to tell you, we're not anymore. And there are many things in Europe that are not progressive anymore either. And we all have to start having a different kind of dialogue about this. In all of our countries, the United States, Canada, and the European Union, and we have gone after Social Security. And here, as you know, it's largely under the banner of austerity. In all of our countries, they've deregulated the environment. It's more recent here with Jürgen bringing in this whole deregulation program to be, you know, smart regulations to reduce administrative burdens on business. You're going to find the same kind of discipline on the environment that we've experienced in other countries. The United States went through this more when George Bush was president. Robert Kennedy Jr. of Water Keepers wrote a book at the end of the George Bush years, and he said that the Bush administration had gutted 400 environmental laws or regulations. And I saw Robert Kennedy last year, and I said to him, how many of those did Obama reintroduce? And he said, none. My country, I cannot begin to tell you how terrible our prime minister is. Prime Minister Harper, we're the only country in the world that ratified the Kyoto Accord, and then our government, when this government came into power, they pulled us out of the Kyoto Accord. They have absolutely gutted our freshwater laws. 99% of all our lakes and rivers are totally unprotected by any federal legislation whatsoever. So we have downgraded the environment in all, or you're in the process of downgrading environmental regulation here in Europe. We've also seen the privatization of essential services, like postal services and water services. And in both the United States and Canada, you should know this, there are new rules that if municipalities want to invest in infrastructure for new water systems, they have to, and get federal funding, they have to go to a public-private partnership. And of course, once you've done that, if you're in an investment agreement with big water companies, they can say you can never go back. So it's a really dangerous trend that we're seeing. And it's important to note that the issue of lack of access to water is not just in the global south anymore. Through the austerity program, so-called austerity programs in Europe, people in Greece, thousands of people in Greece and Spain and Portugal and other countries of the European Union have actually had their water cut off. And you may or may not have read about the crisis in Detroit, Michigan, where a million people moved out of the city over the last decade. They call it white flight. They left African-American, very poor people there. They took their money with them. They took the jobs with them. And then they doubled the rate of water to people because they didn't have enough tax base. And last year, they started cutting off the ability or the water systems in people's homes. They were going into thousands of homes every month and cutting the water off. We got the United Nations to send the Special Rapporteur on Water and Sanitation to embarrass them. But this is happening in Boston and Baltimore and other cities now. So this notion that people not having access to clean water is an issue of the Global South, that's not true anymore. It's right here in the so-called First World. We're also seeing the privatization of foreign aid. Here in Europe, the European Network on Debt and Development just put out a report that said that most of the recent European development funds have ended up either in tax havens or in the corporate head offices of northern corporations. Really scary. In my country, it's even more blatant. Our government has actually changed the rules so that any aid and development money has to go only to those groups that will work with our mining companies. We have the biggest and worst mining companies in the world. They have terrible human rights and environmental records in the Global South. But our government has said, if you're a development agency like Oxfam or whatever, if you will not accept working with our mining companies to promote them in the countries where we're giving aid, you're not getting funded. And so it split the development community between those who won't take that money, it's dirty money, and those who did. And now they're working to promote our mining companies that are going in and destroying the environment, involved in horrible human rights abuses. And also, they'll only give to countries that welcome our mining companies. So that's how fast it's changing. So I don't need to tell you guys in this audience about the state all of this has had in terms of creating a wealth gap in our world and a deeply dividing world of inequality between countries but also within countries. But I just will give you one statistic that I think is stunning. And that is that in the year 2000, there were 111 billionaires in the world. This year, there are 1,826 billionaires in the world. I just think it tells you a story that corporate-led globalization is, as Jeffrey Sachs says, of the 1%, for the 1%, and by the 1%. Now, all of this gets locked in by trade agreements like NAFTA, like all the 3,000 bilateral agreements, like CETA, and like TTIP, and eventually like the new one they're talking about on services called TISA. And these are really dangerous because what these agreements do is they place a constitutional corporate framework around what I just talked about and make it almost impossible to undo what has been done. So if a new generation says, we've tried deregulation and privatization and liberalization and we don't like it and we want to move back and we want to elect governments that aren't going to do that or are going to change these rules, they have no option but to maintain this kind of structure. So it's a form of domestic law. It's a form of treaty that overrides domestic law. And you need to know that you actually have to go through a process of changing domestic laws in anticipation of these agreements. Now, how do I know all this? Well, we've been living with NAFTA for 20 years. NAFTA was the first trade agreement in the world to have investor state, ISDS, where the corporation could bypass its own government and directly sue the government of another country. If that government brings in any health or safety law, environmental, resource protection, whatever, or any law that this company can prove has interrupted their right to profit. And we have suffered in Canada over NAFTA. We were told a whole bunch of promises that were absolute lies. The most important image for you to have about our country is that we used to look like a big egg with a big middle class and a fairly small group of wealthy and a fairly small group of poor. And now we look like a pair with fewer and fewer holding power at the top. And the differences between rich and poor have dramatically grown in 20 years. And more and more of us falling out at the bottom. We gutted our social security. And the first free trade agreement was made when Ronald Reagan was president. So you can imagine what we were afraid of. And what we were afraid of came true. CEOs in our country, their profits have soared. And, of course, many, many, many companies just took their manufacturing offshore. But ordinary families, ordinary people have absolutely suffered. Their incomes are basically what they were in the 1980s, except now they have record debt that they never had before. So we have experienced what the promises were, and we've experienced the lies. And we've experienced investor state. We are the most challenged country in terms of investor state challenges. There are 35 challenges that we've either had or before us now, totaling at the moment 2.6 billion U.S. dollars against Canadian laws, against the Canadian government for laws or practices in Canada. And these are all by American corporations protected by NAFTA. There are so many of them, but I'll just give you a few examples. One is over a moratorium the province of Quebec brought in on fracking. One is, again, Quebec brought in a ban on pesticides, lawn pesticides. The American company that was selling this stuff in Canada is suing for millions of dollars. An oil company, Exxon Mobil, just won a whole bunch of money from a NAFTA challenge because the province of Newfoundland, where they were operating, had the nerve to say, would you please put some money into research and development and help us build a local economy? You're not allowed to do that. And so they went to court on NAFTA challenge, a tribunal, and they won. A company called Eli Lilly, which is a big U.S. drug manufacturer operating in Canada, wanted to extend its patent. Its patent was 20 years. It was up. So they put it into a new pill, and they said it's a new patent. And the government in Canada said, no, it's not. So they went to court three levels, including the Supreme Court. And the Supreme Court said, go away. Your patent's finished, right? They're challenging for 500 million U.S. dollars, and they're probably going to win. Now, this is not only in Canadian law that they're challenging. They're challenging the decision of our courts. And our courts are good courts. I mean, this is a mature court system, and interpreting a law that Canadians wanted. And it doesn't matter to these companies. And you can see by this that these companies come back again and again and again. There was another one that you should know about that I think is the most important of them all, because it sets a very bad precedent. A pulp and paper company from the United States was operating, again, in Newfoundland for decades. They went bankrupt, which means that they didn't want to pay their debt, so they just reconfigured under a new name. And they left. They left the jobs. They left the pensions unpaid. And then they turned around, and they said to the Canadian government, we want compensation for the water rights we left behind. The province of Newfoundland said, that's our water. You have the right to use it when you're creating jobs here. And they said, no, it's our water. And our government, without even going to an AFTA panel, gave them $130 million. Now, the dangerous thing, now stop and think about this. What this means is that a foreign corporation, protected by investor state agreement, can claim to own the resource in another country that it needed to produce what it produces. So it could be forests, it could be soil, it could be water, it could be minerals, it could be anything they need to produce what they used. Think of that in terms of land grabs. And the international investors coming into Africa and other places, able to say, not only do I have a 40 or 50 year lease to use this land and displace all these people, but we actually can claim to own the land and the water. This is a very bad new precedent. And by the way, you know that Obama is going to likely veto the Trans-Canada pipeline, the Keystone pipeline, bringing the most awful, horrible energy filled with liquid benzene and liquid chemicals through a pipeline over the Ogallala aquifer insanity. He's going to say, no, the Canadian company is likely to challenge through NAFTA. So, you know, and we kind of, all of us in the movement in North America kind of hope they do because the United States never loses any of these challenges. And we want them to have a feeling of what it's like to be on the losing end, which we've had. So it's really important that we understand what we're dealing with here when we look at CETA and TTIP. And I want to make a plea to you because a lot of you talk about TTIP. You need to understand that TTIP and CETA are the same thing. If you manage to get investor state kept out of TTIP, but it's in CETA, you may as well have it in TTIP because all an American company has to do is register in Canada, and then they can sue through Canada. And most of the corporations, we're a branch plant economy, so most of the American corporations are already registered in Canada. Monsanto and all the big energy companies, they're all in Canada. So it's really important when you think about TTIP that you remember that the CETA agreement is much more advanced, and if it happens, you're going to lose a lot around, we're all going to lose a lot around what this means. So if CETA and or TTIP has investor state in it, it's not just our concerns about the big water companies in Europe or the big pharmaceutical companies in Europe suing us. It will go the other way. So big North American energy companies will have the right to challenge fracking bans, that kind of thing. Big North American agriculture companies like Monsanto will have the right to challenge restrictions on GMOs and animal welfare and animal standards and so on because they're lower in North America than they are here. And I know that the governments are saying, oh, we're going to make it airtight, that it's going to be all safe, that any jurisdiction can say that they want to be GMO-free, but I promise you they will not allow that to stand. I mean, they are all on record as saying this agreement, this TTIP is to be used to bring down the different standards in Europe, and they'll find ways to do it. Canadian mining companies have horrible operations in Greece, in Romania. These companies will have the right to sue these countries if they start saying, we're going to limit the amount of size of your growth or the amount of water you're allowed to use or whatever. So this is going to be, the challenges are going to be basically that big European corporations are going to be able to challenge our higher standards in Canada and the United States and vice versa. And it's a race to the bottom. It is not about North America versus Europe. It's about big corporations on both sides of the border and the 1% on all sides of the ocean wanting to take down these standards. And I want to say very clearly that you must not believe the promise of a kinder, gentler ISDS in TTIP and in CETA. That's what Chancellor Merkel basically said the other day. That's not the case. The two agreements are very similar, but the one in TTIP and CETA is worse for two reasons. One is that regulatory convergence is built right into CETA and TTIP, and it is not built into NAFTA. There was a separate process in NAFTA to try to get regulatory convergence, but it's not written into the agreement in the way that it's written in TTIP and CETA. And they're going to set up a semi-private system with technocrats and bureaucrats and private advisors, and any company can ask to go through that process to make sure that any regulation, future or existing in Europe, is not a hindrance, a barrier to their trade. And it's a very important part of this agreement. They're also, TTIP and CETA also give investors more right to challenge domestic financial regulations and restrictions. So I would argue that the ISDS in TTIP and CETA are worse than they are in NAFTA, and they're horrible in NAFTA. So I'm going to not talk for much longer because I wanted to talk with you rather than at you, but what I want to say, a couple of things in closing. One of them is that we cannot fight this by ourselves. We're in an awkward position in Canada that we have a majority government that is just absolutely committed to this kind of vision, and they don't put a soft face on it. They just basically, well, they call people like me enemies of Canada and terrorists. That's what our prime minister says outright about environmentalists, people who are fighting the pipelines. We're terrorists. It's just appalling if you think of it. So we have an election in October, and we're hoping that we will not have this government, and we'll have some openings. But at the moment, we don't have any openings in our country. Our progressive party, the NDP, New Democratic Party, which would be like the Social Democrats and the Greens, they won't take a position at the moment because they don't want to be labelled anti-trade. Driving me crazy. And Obama in the United States, who you might remember when he was first running for president, talked very openly about the problems with trade, and particularly NAFTA, and he said he would have a whole process whereby they did consultation on these trade agreements, and they would have a different assessment based on a whole different set of values. It was just, he just, they were just empty words. President Obama drank the Kool-Aid, and he's totally 100% behind this agreement, behind the Trans-Pacific Partnership, and so on. So we don't have a lot of openings in terms of politics. There's the fast-track system that Shefali will talk about, but in terms of changing Obama's mind, that's not going to happen either. So at the moment, you are Obi-Wan. You know, you're our great hope here in Europe, and particularly in Germany, although I know there's concerns in Austria and France. I saw a terrific statement today with a whole bunch of political leaders in France signing a strong statement against ISDS, but it's very, very important that we work together because we can, if we do this right, we can work together and support each other, share information, and stop this process. Cross-border collaboration is extraordinarily important, and we have used this in past fights like this. We were not able to stop NAFTA from being passed in my country because the government that introduced it, everybody threw them out, but the government that replaced them, the Liberals, who had promised they wouldn't pass NAFTA without six fundamental changes, turned around and ratified it without one change. And I remember when the Prime Minister of the time did that, he wouldn't look at the camera. I can remember that. It was like, I know I'm lying so badly here, breaking so many promises. So even though two-thirds of Canadians were against NAFTA, we got NAFTA. But when they wanted to extend NAFTA to the other countries of the Americas, South America, it was called the Free Trade Area of the Americas, we shared our experience with these agreements, and we were able to stop the expansion of the Free Trade Area of the Americas. And in the late 1990s, we stopped something called the Multilateral Agreement on Investment, and it was an OECD proposal that would have given this investor state rights to all of the OECD countries. It was, it snuck up on us. I heard about it. I went to the government, our government at the time, and I said, do you know about this? And they said, oh, you and your conspiracy theories, right? This is just a conspiracy theory. When I hear about a conspiracy theory, I think about two cows on a hill, and one of them's always reading something, and the other one says, why don't you relax? You're always reading conspiracy stuff. And this time, the other cow says, yeah, but I'm reading something called Where Beef Really Comes From. You know, it's just like, it's, you know, I mean, okay. So I, the conspiracy turned out to be true. They were almost 90% through the MAI when we got it in a brown paper bag, and we shared it with Laurie Wallach in the U.S. and our counterparts here in Europe, and we just exploded it everywhere, and we built a movement, and we won. Germany was the first country to pull out. France pulled out. Canada pulled out, and it collapsed. And I remember after the battle in Seattle in the WTO, the 1999, when we had all the crazy tear gas and stuff, the Pentagon hired the RAND Corporation in the United States to do a study on who were these people, like where did we come from, right? And it is a riot. You have to read this thing. What they said was, well, they're like mosquitoes. We can't find their leadership. They're everywhere, and they sting. And we can't stop them, you know? It was like, we'll spray them a bit with tear gas and stuff, but they keep coming back. It's a very funny analysis. So I always think about us as a bunch of little stinging mosquitoes. So we have a lot of work cut out, and we need to do this work together. And I just want to end with one more message of hope, and that is that, Barbara, you kindly referred to the fight for the human right to water. When we introduced, it just was a confluence of marvelous things. A man named Father Miguel Descato Brockman from Nicaragua, a revolutionary theologian priest, was named president that year, the year 2009-10, of the General Assembly. So it's only a one-year term. And he got a hold of me right away, and he said, I want to make water crucial to my year here. I want to do this, right? I want to get water recognized as a human right. And the Bolivian ambassador was named Pablo Solon, and he had introduced me to President Evo Morales of Bolivia before Evo Morales was president. And Evo Morales said to me, if I ever become president, I am promising you that we will help you get the human right to water and sanitation passed. So Father Miguel and myself and Pablo Solon put together a little team, and we were up against such opposition. I have to say, Germany was terrific. Your country was very supportive, but most were not. The United States was opposed. My government led the opposition. All the big water companies were against it. The World Bank was against it. The World Water Council was against it. And countries kept saying, you really have to study it some more. We need to study some more how many children are dying and why. You know, let's study it some more. And Pablo said, no, we're just going to do this. So he put a resolution to the General Assembly on July 28, 2010. And he just, and he wouldn't change it. They kept saying, well, you've got, oh, it's too strong. It's just too direct. You've got to take out sanitation because it's too expensive. And he said, I would rather lose a bad resolution. I rather lose a good resolution than win a bad resolution. I'm going to put it to the General Assembly and let's see who has the nerve to vote against the human right to water. So he got up and he gave one of the most beautiful speeches. There was a new study that had just come out on child deaths in the Global South. And he said, it's a World Health Organization study that said every three and a half seconds a child dies of waterborne disease in the Global South. And then he held up three fingers like this and then kind of a half a finger, right? And the whole place just went silent. And I was standing up in the balcony with my husband Andrew and some of the staff and my staff were in tears because we were sure we were going to lose. I was just unsure because it was going to go to a vote and I was saying, don't you worry, we're going to, we'll be back in five years or ten years. We won't give up. We'll keep fighting and so exciting that we're here. I was trying to prepare them for this loss, right? So when they vote at the General Assembly, they stay in their seats and it all goes up on a great big electronic board at the front. So they voted and immediately we were able to see 122 countries voted in favour. Not one country voted against. In fact, 41 countries abstained, including the United States and Canada. Germany, of course, supported it. And the place erupted in cheers and I'll never forget Ambassador Solon from Bolivia was in the balcony with us and he was standing there just smiling, you know, with his arms crossed and one after another the ambassadors from the country turned and yelled at him and you forced us to do this before we were ready and I will always remember the, in English, we call it a shit-eating grin, you know, he was standing there with like saying, what part of we just won and you didn't, do you not understand? And it was a sweet moment and since then a whole number of countries have revised their constitution, have come up with plans. It has, of course it hasn't made everything better overnight and I mean the world outlawed tortured in 1948 and it still exists but as a human family we came together and we said no child should have to die because their parents cannot afford water and, you know, nobody should have to go put their children to bed at night without clean sanitation. No girl should have to not be able to go to school because there's no facilities and she has to walk with her mother all those kilometers every day. This is what the global community of humans came together and said and we took a step forward. So I think these trade agreements are the dying gasp of a regime that's dying. The world cannot sustain what's happening here. We cannot sustain, it's not just the inequality. I mean, don't get me started on the stats on water. We are a planet running out of clean water. It's not drought in California. They're running out of water. It's not drought in China. Half the rivers in China are gone since 1990, you know? We can't keep having more and more stuff and more and more corporate power and more and more corporate grab of what is the common good, what is the public trust. So I thank you for this tonight and I look forward to a discussion with you and more importantly, I look forward to building this relationship and this alliance across the Atlantic Ocean to not only stop CETA and TTIP but to bring in a whole new kind of regime because we really do need a revolution in our economic systems as well. Thank you very much. Dankeschön. Thank you. Guten Abend. Mein Name ist Christine Chemnitz und ich werde Sie weiter durch diesen Abend führen. Maud, danke dir so sehr für die Präsentation, für deine Rede mit der, du hast mich gerade in den letzten Minuten nochmal so, ja, auch einfach beflügelt, weil ich gedacht habe, es ist so wichtig, immer wieder die Fakten zu teilen und es ist so wichtig, sich gegenseitig zu erzählen, was gerade verhandelt wird, aber genauso wichtig ist es zu hören, wie gut es sich anfühlt, Kämpfe zu gewinnen und dass es sich wirklich lohnt, sie zu kämpfen und alleine an dieses Gefühl, daran teilzuhaben zu können, wie ihr auf diesem Balkon standet, hat sich schon, also sozusagen dadurch hat sich für mich schon der ganze Abend gelohnt und das andere ist aber, glaube ich, auch so wichtig, dass wir hier auch nochmal verstehen, was eigentlich gerade gemeinsam mit TTIP, nämlich über CETA verhandelt wird, weil so ein Stück weit ist es ja so, wie du auch am Anfang gesagt hast, Kanada, das schöne Land mit dem Ahornblatt auf der Fahne, das doch eigentlich so progressiv ist und jetzt einfach nochmal zu hören, das ist, genau, das ist gar nicht mehr die Realität, das ist Vergangenheit. Die Interessen der multinationalen Konzerne in die Handelsabkommen, die wichtigen Verbindungen zu Wasser, aber eben auch zu Dingen wie Entwicklungsgeldern, All diese großen Kapitel, die du aufgeschlagen hast, die du mit uns geteilt hast, das war faszinierend für mich und ich freue mich, dass wir Zeit haben, darüber heute Abend noch weiter zu diskutieren. Als Erste hat allerdings Katharina Dröge jetzt die Chance, auch nochmal aus ihrer Sicht auf deinen Vortrag einzugehen. Katharina ist seit dieser Legislaturperiode Mitglied des Deutschen Bundestages für Bündnis 90 Die Grünen und sie ist Obfrau im Ausschuss für Wirtschaft und Energie und Sprecherin für Wettbewerbspolitik der grünen Bundestagsfraktion. Katharina, vielen herzlichen Dank, dass wir dich gewinnen konnten und the floor is yours. Ja, auch von meiner Seite aus erstmal einen schönen guten Abend und vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Gelegenheit, hier heute Abend zu diskutieren und auch danke dir für deinen Vortrag. Ich muss ganz ehrlich sagen, als Bundestagsabgeordnete, die jetzt zum ersten Mal im Deutschen Bundestag sitzt seit dem Jahr 2013 und für die der Kampf gegen CETA und TTIP jetzt das erste große Projekt ist, dieser Art in meinem politischen Leben, ist das wirklich sehr hoffnungsvoll und inspirierend gewesen, was du geschildert hast und deswegen freue ich mich sehr auf den Austausch und ich finde auch so wichtig, dass wir heute Abend wirklich transatlantisch miteinander diskutieren weil das ist ja ein Vorwurf, der den Kritikerinnen von TTIP und CETA in der deutschen Debatte auch immer wieder begegnet, dass uns gesagt wird, dass hier sei eine Debatte, die geprägt sei von Anti-Amerikanismus, wird uns ganz oft vorgeworfen, von Ressentiments, die wir einfach nur gegenüber den Handelnspartnern haben und für uns ist es immer wichtig gewesen, aber auch durchaus schwer, damit in der Öffentlichkeit durchzudringen, dass es genau darum nicht geht, sondern dass es darum geht, transatlantisch gemeinsam zu kämpfen für Verbraucherschutz und für Umweltschutz und für gute Sozialstandards und auch für einen Rechtsstaat und ich glaube, das zeigt heute Abend auch dieses Forum und deswegen freue ich mich wirklich sehr, dass wir wirklich transatlantisch miteinander diskutieren können. Wir sind hier in Deutschland auch wirklich in einem kritischen Zeitfenster, deswegen ist es so wichtig, dass die Debatten jetzt stattfinden. Ich würde dazu gerne auch ein bisschen darstellen, wo wir uns in den beiden Handelsabkommen eigentlich gerade in den Beratungsverfahren befinden. CETA, das wurde ja schon gesagt, ist eigentlich ein Abkommen, das ausverhandelt ist, das dem Deutschen Bundestag am 5. August des letzten Jahres zugeleitet wurde und es hieß, damit sind auch keine Änderungen an diesem Abkommen mehr möglich. Seitdem befinden wir uns in einem ziemlich merkwürdigen Zeitfenster für Handelsabkommen, denn eigentlich wären wir jetzt nur noch in der Phase der sogenannten Rechtsförmigkeitsprüfung, wo geprüft wird, ob die Rechtsbegriffe auch alle so stimmen in den Abkommen. Tatsächlich sind wir politisch auch bedingt durch die TTIP-Debatte, aber in einem Zeitfenster, wo noch sehr viel Dynamik entsteht. Ein Beispiel dafür war jetzt die europäische Konsultation zum Thema Investitionsschutz in TTIP. Die Ergebnisse wurden jetzt im Januar veröffentlicht, 150.000 Menschen haben teilgenommen und haben Stellungnahmen dazu abgegeben, wie sie das Investitionsschutzkapitel in TTIP bewerten und 97 Prozent haben diesen Entwurf abgelehnt. Und das hat eine enorme Auswirkung gehabt auf den Deutschen Bundestag, auf die Bundesregierung, auch auf die Europäische Kommission. Und das hatte auch Rückwirkungen auf die CETA-Verhandlungen, weil seitdem die deutsche Bundesregierung, insbesondere Siedmar Gabriel, immer wieder auch versucht, zu beschwichtigen, zu erklären, was für Probleme er bereits im Investitionsschutzkapitel in CETA gelöst hat, aber dass er auch versuchen wird, dort noch weitere, ich nenne es jetzt mal, Nachverhandlungen durchzusetzen. Er selber würde niemals diesen Begriff Nachverhandlungen wählen, weil offiziell gibt es diese Nachverhandlungen ja nicht mehr, aber im Hintergrund sagt er schon, dass er hofft, dass er da kritische Elemente aus diesem Abkommen heraus holen wird. Das wäre ja sogar zu begrüßen. Allerdings ist da bislang noch nichts passiert. Aber das zeigt, dass wir selbst bei CETA bei einem Abkommen, was eigentlich formal ausverhandelt war, noch in einem sehr spannenden Zeitfenster sind. Bei TTIP sind die Verhandlungen noch lange nicht so weit fortgeschritten wie bei CETA. Bei TTIP befinden wir uns in vielen einzelnen Kapiteln noch in einem Zustand, wo wir noch nicht mal über erste Textentwürfe miteinander gesprochen haben. uns die Europäische Kommission und die amerikanische Seite trotzdem sagt uns die Bundeskanzlerin, sie würde gerne Ende diesen Jahres die TTIP-Verhandlungen abschließen. Das hat natürlich was mit deutscher Innenpolitik zu tun. Der Druck auf die Bundesregierung wird stärker und die Hoffnung ist da, dass wenn man das Ganze schnell durchzieht, dass man sich damit auch ein Stück weit entlasten kann von den kritischen Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Das hat auch was mit dem amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf zu tun, der bald anfängt und wo die Befürchtung ist, dass sobald das Thema dort richtig losgeht, man wahrscheinlich auch nicht mehr zu einem Abschluss dieser Handelsabkommen kommen kann. Ich selber halte es auch nicht für realistisch, dass es gelingen wird, TTIP in diesem Jahr abzuschließen, aber die politische Erklärung, der politische Wille ist da und deshalb ist es so zentral, jetzt auch massive Kritikpunkte zu formulieren, massiven Widerstand zu formulieren. Jetzt ist das kritische Zeitfenster, wo wir gemeinsam auch sehr viel bewegen können. Wichtig ist in der Debatte auch noch sowohl bei TTIP als auch bei CETA, dass wir uns in einer Erklärung befinden, wer eigentlich am Ende abstimmen darf über diese Abkommen. Das ist für uns als Abgeordnete des Deutschen Bundestages nämlich immer noch nicht klar. Das heißt, unter dem Stichwort gemischtes Abkommen wird geprüft, ob dieses Abkommen am Ende ein Abkommen ist, das vom Europaparlament und vom Europäischen Rat alleine beschlossen wird oder ob es auch durch alle Parlamente aller Nationalstaaten gehen muss. Wir persönlich vertreten die Rechtsauffassung, dass das Ganze so ist, aber das ist auch eine Frage, die noch nicht in der Debatte geklärt ist, die jetzt gegebenenfalls anhand des Abkommens mit Singapur geklärt wird. Also auch das ist noch eine offene Frage, die für TTIP und CETA relevant wird und natürlich damit auch für unseren Protest hier in Deutschland, weil wir natürlich auch ganz andere Möglichkeiten haben, die Abkommen zu kritisieren, wenn sie auch im Deutschen Bundestag zur Abstimmung nochmal gestellt werden und die Bundesregierung sich auch rechtfertigen muss, was da verhandelt wird. Warum es auf der anderen Seite so schwierig für die Zivilgesellschaft, aber auch für uns als Bundestagsabgeordnete, ist diese Kritik dezidiert zu formulieren, das ist die Intransparenz der Verhandlung, die für uns in den vergangenen Monaten auch immer ein wichtiger, zentraler Kritikpunkt war. Bei CETA liegt der Vertragsentwurf mittlerweile vor, er muss noch in alle Sprachen aller Mitgliedstaaten übersetzt werden, also auch dort ist noch mehr Transparenz möglich, aber die CETA-Verhandlungen sind bis dahin im Geheimen verlaufen. Bei TTIP ist das weiterhin so, dass die Verhandlungen im Geheimen verlaufen. Die Europäische Kommission hat zwar so getan, als hätte sie aus der Kritik der Bürgerinnen und Bürger gelernt und hat eine Transparenz-Offensive gestartet, wo sie eine Reihe an Papieren ins Internet gestellt hat, um ihnen zu sagen, gucken Sie doch, Sie können jetzt alles lesen, was wir da verhandeln, das ist aber nicht die Wahrheit, weil wenn man sich anschaut, welche Dokumente dort veröffentlicht wurden, dann sind das europäische Positionspapiere, wir kennen aber die amerikanischen Positionspapiere nicht und was wir vor allen Dingen nicht kennen, sind die sogenannten konsolidierten Texte, nämlich diese Texte, wo steht, die USA schlagen folgende Formulierung vor, die EU schlägt darüber hinaus folgende Formulierung vor und ein Einigungsprozess findet vielleicht statt oder es gibt Kontroversen. Also diese Texte, es kommt ja in solchen Handelsabkommen immer auf jedes Wort an, um auch beurteilen zu können, welche Auswirkungen am Ende die Regelungen haben. Diese Texte kennen wir nicht als Abgeordnete des Deutschen Bundestags, die kennen Sie nicht und wir haben wiederholt angefragt, ob wir diese Dokumente bekommen können und es hieß, dass die amerikanischen Verhandlungspartner sie uns nicht zur Verfügung stellen werden bis zum Abschluss der Verhandlungen. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass immer wieder auch Dokumente vielleicht über sogenannte Leaks das Licht der Öffentlichkeit erblicken, was jetzt bei den konsolidierten Texten bislang noch nicht passiert ist und wir sind darauf angewiesen auf Berichte eigentlich der Kommission und der Bundesregierung und das ist wirklich sehr wenig für Abgeordnete, die parlamentarische Kontrollrechte haben, die ja eigentlich überprüfen sollen, ob die Bundesregierung die Wahrheit sagt oder nicht und das können wir in diesen Verhandlungen eben nicht, weil wir nicht den Textabgleich machen können. Nichtsdestotrotz wissen wir natürlich einen Teil dessen, was verhandelt wird und können es anhand von CETA auch zu einem Stück schon überprüfen. Mord hat ja schon zu vielen inhaltlichen Kritikpunkten etwas gesagt. Beim Thema Investitionsschutz gibt es in Deutschland bereits eine vehemente Debatte, da gibt es viele Kritikpunkte, die in der Öffentlichkeit auch schon bekannt sind. Das zweite Thema, was jetzt wirklich noch eine stärkere Öffentlichkeit verdient und wo wir gemeinsam aus meiner Sicht daran arbeiten müssen, ist dieses Thema regulatorische Kooperation, von dem Mord auch gesprochen hat, was jetzt in TTIP und CETA Bestandteil dieser Abkommen werden soll und wo es um die Frage geht, wie kann man unterschiedliche Standards gegenseitig anerkennen zwischen den beiden Handelsräumen oder harmonisieren. Und gerade bei TTIP haben wir da wirklich noch sehr viele Fragezeichen, denn wenn man sich die regulatorischen Unterschiede zwischen den USA und der EU anschaut, dann sind diese Unterschiede einfach immens. eines, das ist mit Kanada teilweise nicht in diesem starken Ausmaße, da sind unsere regulatorischen Regime noch ähnlicher, auch wenn es tatsächlich da auch Unterschiede gibt, aber mit den USA sind diese regulatorischen Unterschiede noch höher und auch da geht es mir wiederum nicht darum, eine pauschale Kritik an den anderen Ländern zu formulieren, beispielsweise in den USA gibt es Standards im Bereich Quecksilber-Emissionsgrenzwerte von Kohlekraftwerken, die sind höher als in der Europäischen Union oder im Bereich der Finanzmarktregulierung gibt es auch Regelungen, die sind besser als die Europäische Union getroffen hat. Das heißt, und es gibt auf der anderen Seite im Bereich des Verbraucherschutzes beispielsweise im Bereich der Chemikalienregulierung deutlich höhere Standards, die die Europäische Union gesetzt hat und was das Problem jetzt an diesem Verfahren der gegenseitigen Anerkennung ist, ist die Befürchtung und das, was man aus den Dokumenten jetzt schon erkennen kann, dass es eben in Verhandlungen darum gehen wird, dass man sich nicht auf den höheren gemeinsamen Standard einigen wird, sondern dass es einen Druck auf die Standards geben wird, sich auf niedrigere gemeinsame Standards zu einigen und das insbesondere, was Mord auch gesagt hat, dass man dann ein Problem haben wird, neue Standards zu setzen, zukünftige Standards in Bereichen, die jetzt noch nicht reguliert sind, für uns ist das vielleicht der Bereich der Nanotechnologie, wo man in Zukunft neue Standards setzen will und wo die Frage ist, ob diese Handelsabkommen dann den Druck ausüben werden, diese Standards nicht mehr zu erhöhen durch Verfahren, die in den Handelsabkommen enthalten sind. Und das Dritte, was ich noch sagen will und das geht in der Debatte immer so ein bisschen unter, wir konzentrieren uns in unserer Kritik an TTIP immer sehr und an CETA immer sehr stark darauf, was in den Abkommen enthalten ist, wir stellen uns wenig die Frage, was in diesem Abkommen eigentlich nicht drinsteht. Nicht drinstehen tun nämlich Regelungen, die zum Beispiel eine stärkere verbindliche Regulierungskooperation enthalten würden. Es sind eben keine Abkommen, die darauf ausgerichtet sind, bessere gemeinsame internationale Regeln zu vereinbaren, zum Beispiel bessere gemeinsame Finanzmarktaufsicht zu vereinbaren, bessere gemeinsame Klimaschutzabkommen zu vereinbaren, bessere gemeinsame Arbeitsrechts- und Menschenrechtsstandards zu vereinbaren, also eine höhere gemeinsame Regulierung oder auch Initiativen, die könnten Kanada, die USA und die EU ja auch gemeinsam starten, zu besseren multilateralen Regelungen, wenn diese großen Wirtschaftsräume gemeinsam die Anstrengungen unternehmen, würden zu sagen, wir machen nochmal einen Reformprozess der multilateralen Organisationen hin zu mehr gemeinsam verbindlichen Regelungen, das alles enthalten diese Abkommen eben genau nicht, sondern sie sind einseitig Deregulierungsabkommen, die darauf ausgerichtet sind, bestehende Standards als Handelshemmnisse zu begreifen und wenn möglich abzusenken, wenn möglich zu beseitigen oder gar nicht erst entstehen zu lassen und ich finde diesen Fokus in der Debatte, den sollten wir niemals aus dem Auge verlieren, weil unsere Aufgabe ist es ja nicht nur, das hat Mord auch gesagt, diese Handelsabkommen, so wie sie verhandelt werden, zu stoppen, sondern unsere Aufgabe ist ja eigentlich auch eine Vision davon zu zeichnen, wie die Welt besser sein könnte, wie wir uns eigentlich vorstellen, wie ein guter globaler Handel, wie ein guter, fairer, internationaler Austausch zwischen Staaten aussieht, da auch die Rolle der Entwicklungsländer wieder in den Blick zu nehmen und fairere Chancen zu ermöglichen. All das spielt in diesen Handelsabkommen überhaupt keine Rolle und genau deshalb gehen sie auch in einem gesamt geostrategischen Sinne völlig in die falsche Richtung und vielleicht können wir auch darüber heute Abend miteinander diskutieren. Ich würde mich sehr freuen über den Austausch und auch auf die Debatte mit Ihnen. Vielen herzlichen Dank Katharina dafür, dass du auch nochmal gezeigt hast, wie ist die Situation in Deutschland, in Europa. Mich hat auch nochmal erstaunt, wie gering doch auch der Zugang von den Mitgliedern des Parlaments wirklich zu Informationen ist. Würde ich auch gerne später nochmal drauf zurückkommen. Aber jetzt möchte ich erst mal vorstellen Shefali Sharma, unsere letzte Rednerin vom Institute of Agricultural Trade Policy aus den USA Minneapolis. Und Shefali ist Programmdirektorin für den Arbeitsschwerpunkt Landwirtschaftliche Güter und Globalisierung und beschäftigt sich seit ganz, ganz vielen Jahren mit unterschiedlichen handelspolitischen Kontexten, arbeitet mit mir zusammen viel zum Thema Fleisch und Futtermittelhandel und alles, was damit zusammenhängt und sie veröffentlicht auch ganz viel zu den Themen freier Handelsabkommen und deren Auswirkungen auf Landwirtschaft. Shefali, deine Sicht der Dinge aus den USA und was die Bewegungen dort tun. Well, it's always challenging to be the last speaker after two really good speakers, but I'm excited to be here and to talk about what is happening in the United States, to bring some good news, and also to, and maybe I will start by telling Katerina, you don't have to apologize for bashing the United States regulations. Many of us in the United States are fighting very hard to challenge the way our policy is made and to raise our standards, so no apologies necessary. So I wanted to talk about fast track. How many of you have heard of fast track? Okay, so not that many. For us, it's interesting, I can see some parallels. You know, here, people have not heard of CETA as much as people are galvanizing around TTIP. And for us, in the United States, a lot of people ask me in Germany, so what is the mobilization like around TTIP? And I have to say, you know, not that many people know about TTIP, but there is a huge and massive movement happening right now to stop fast track. And what fast track is, is Congress giving away their authority to be able to make amendments to free trade agreements. So basically, what you already gave away to the European parliamentarians, European parliamentarians can only say yes or no to TTIP or CETA. In the United States right now, Congress has the right to look at the free trade agreement, to make amendments, to have a debate. If they give Obama fast track authority, what we call trade promotion authority, they will remove that power from themselves. And they will only be able to say yes or no. There are also some similarities with the discourse around investor state reform, and I can come back to that, and fast track reform. There has been a huge backlash against fast track. As of today, there are more than 1,200 organizations across the United States that are challenging and saying no to fast track. and this bill was tabled just last Thursday. And the reason Obama wants this bill passed right now is because he feels that we are very close to finishing the Trans-Pacific partnership, which is like TTIP, but with Asia and the Pacific. It's a huge trade agreement. It also has investor state dispute settlement, same issues around standards and deregulation that we're very concerned about. It is a massive agreement. And so many people have heard of TPP, not TTIP. But what all of these campaigns are doing is they're laying the groundwork to oppose TTIP, because TTIP essentially has all of these elements that TPP has. And between last week and this week, we've already had three different rallies at the Capitol. You know, April 18th was the International Day of Action on Trade. So there's been 750 different actions around the world against free trade agreements. In the United States, we had 65 different events at different places, rallies, walks, different kinds of presentations, all kinds of things. This morning, there was an emergency rally at the Capitol, because today the debate begins in Congress on fast track. Last year, this bill was tabled, and it was dead, it wasn't even voted on. There was opposition, there were 600 organizations that had signed a letter opposing it, and it didn't even come to a vote. This time, we have double that number, and when I speak to my colleague in Washington, D.C., she says to me, I have not seen this much activity in opposition to free trade agreements since NAFTA. So we have reason to be optimistic, I think. Why are people rising up? I mean, we're seeing people and organizations that have never said anything on trade coming out and saying no to fast track. This is because they have seen rising inequality, and then the last years with the Wall Street collapse, they've seen nothing come of it. big banks were bailed out, but there still continues to be a recession, unemployment. People don't want more trade agreements that they feel is going to jeopardize their own situation, so they are responding to that. They're saying we want proof that this model actually works. We're not convinced that it does. And of course, within Congress, you definitely need the Republicans to pass this bill, the fast track bill. But you have a lot of opposition against Obama. So you have Republicans that oppose Obama, and you have Republicans that oppose free trade. The large majority of Republicans, of course, support free trade. But then you have an overwhelming majority of Democrats who are supporting the campaign against fast track. So we will see what happens. I think we will find out the result in the next several weeks. But because this backlash has been so strong, the writers of this new bill have said, okay, look, we're going to have a reformed fast track. So we will put in provisions that are able to take back trade promotion authority from the president, or we will increase more transparency. And when I hear these debates about reform, I'm reminded about what Gabriel is saying about reform of the ISDS here, or what parliamentarians are being told. And our civil society has already looked at the new revised fast track and have said, look, this is just window dressing. There may be new additional objectives that the Congress is saying are important to pass a free trade agreement, but it's totally unenforceable. And it would be so difficult to actually remove trade promotion authority once granted that it's easier just to vote no for the trade agreement than to actually take it back, take back that authority. So it's basically the same bill, the same idea, but it's just being called that it's reform. And this is the same thing with the investor state. There are lots of different communications about reforming it, making sure that the right to regulate is there, increasing transparency, maybe thinking about removing the arbitration because right now what it is is a bunch of private contractors paid by the companies who will decide, will judge whether the government wins or the company wins. And no surprise, it's always often the companies win. Part of this reform discussion is about moving that into a government-led process. And let's not be fooled. This is not going to happen during the lifetime of TTIP and CETA. So I think there's talk about reform and saying, okay, look, we will try and change some language. But the core aspects of ISDS, which is arbitrators judging, so basically an extrajudicial set of actors who are not elected, who don't have any legitimacy, where there's significant conflict of interest problems deciding about your rules and regulations in light of expected profits of companies. And so let's not be fooled. The reform agenda of ISDS is not real reform. And I think people really need to understand that here, that this is one way to try to address the backlash that people are having about investor state. I think in the United States, there's also a movement against investor state. It is true. The United States has never lost a case. But there are so many different cases that people are finally starting to say, and because there's so many rules at stake, this is a, TTIP, for instance, is an agreement about, you know, regulations and standards. At the national level, at the subnational level. So of course it matters whether the government still retains their right and whether our national judicial systems actually work. And so, you know, Elizabeth Warren, for instance, is a Congress representative who has spoken out very strongly against this. And also the media. Media is starting to pick this up. So we're also starting to raise these issues in the United States. And I think that's a very positive development that I'm seeing. So I guess, you know, in some ways I would echo what what Maude is saying about CETA. I think it's very important. Katerina has just said CETA has already been completed. But I don't think, but because there's a debate about ISDS and TTIP, I think we have to go back and say there's no way you can sign an agreement that fundamentally has the same elements that we oppose in TTIP. You guys finished this agreement, fine. You guys finished it because there's no transparency. Nobody knows about these agreements. Nobody knows what's in the text. We happen to take an interest in TTIP now, so we're looking. But now we need to go back and we need to take that control back. And I don't think it's too late to do that. So it is a very exciting opportunity. Germany is so inspiring to see so many people being so active on this issue. Last year I had the opportunity to go around Germany to talk about TTIP and agribusiness and agribusiness interest in TTIP. And I was amazed. I was amazed to see so many people coming out in small places in the Algoi or up close to the north. It was fantastic. And they stayed for three hours. We would talk from 7 to 10 at night about these issues. And I think we can really work with that momentum and really carry that momentum to win this fight. Thank you. Thank you. applause Thank you all for sharing your Thank you. I should speak German. It is also much easier for me. Shefali has also their translation. Thank you all for your perspectives with us part of the time. Shefalis last point was that she said we need to go back. We can not say CETA is out of hand. And that teilen probably all here in the room but how realist is that ? I mean that man that just want to and that on one time the time there is before the discussion about TTIP was gone there was kaum a discussion um CETA there and now can it the discussion can man back 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 the question the question can it is going to matter how good we all together our job to because if you ask government no that can not more the process is closed and that is to end we see that that can not not that the Tats that the government Bundesregierung versucht, im ISDS-Kapitel doch noch Dinge nachzuverhandeln. Das haben Sie ja im Bundestag gesagt und das versuchen Sie wohl hinter den Kulissen auf informellen Wegen jetzt schon zu erreichen. Das heißt, irgendwie sind die Verhandlungen abgeschlossen, so richtig sind sie dann doch nicht abgeschlossen. Und meine Position ist, solange da kein Parlament zugestimmt hat, sind die Verhandlungen für uns noch offen und werden wir die Möglichkeit haben, auch noch Veränderungen vornehmen zu können, weil am Ende müssen die Parlamentarier zumindest im EU-Parlament ja auch über das Abkommen abstimmen. Und wenn wir sagen, so wie das Ganze jetzt aussieht, werden wir dem nicht zustimmen. Was sollen die Regierungen denn machen? Entweder sie sagen dann, gut, dann ist das Abkommen eben gescheitert, dann haben wir viele Jahre umsonst verhandelt oder sie werden versuchen, das Ganze nochmal aufzumachen, was sich dann für den realistischeren Weg hielte. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt gemeinsam unsere Kritik formulieren und gemeinsam immer wieder auf die Straße gehen und auch Kritik an CETA formulieren und nicht nur Kritik an TTIP formulieren, weil dann haben wir tatsächlich die Möglichkeit, auch da nochmal Bewegung zu erzeugen. Ich muss auch direkt nochmal nachfragen. Also ist es realistisch, dass das Investitionsschutz-Kapitel in CETA wirklich drin bleibt und aus TTIP rauskommt? Oder ist es sozusagen, wie realistisch, also einfach um das jetzt auch nochmal besser einschätzen zu können, wie ist da der Stand der Diskussion? Es gibt niemanden auf europäischer Ebene, der sagt, dass das ISDS-Kapitel komplett rauskommen soll aus CETA. Also von denjenigen, die das Ganze verhandeln. Das sagen die Bürgerinnen und Bürger, das sagt die Zivilgesellschaft, aber das, was die Bundesregierung sagt, was die Europäische Kommission sagt, was maximal jetzt vorstellbar sei, sei, dass man nochmal bei einzelnen Rechtsbegriffen Präzisierungen vornimmt. Sigmar Gabriel hat versucht, den Anschein zu erwecken, als würde er das tun, indem er ein Positionspapier veröffentlicht hat mit anderen demokratischen Handelsministern, das heißt Improvements zu CETA and Beyond. Da steht dann beispielsweise drin, dass er sich eigentlich einen internationalen Handelsgerichtshof wünscht. Nur wenn man dieses Papier genau liest, dann ist dieser internationale Handelsgerichtshof der Teil, der sich auf and beyond CETA bezieht und eben nicht auf CETA. Das heißt, wir müssen, also bislang ist das Ganze sehr, sehr schwierig, da ISDS rauszubekommen. Aus diesem Handelsabkommen. Deswegen muss die Kritik so scharf sein an den Investitionsschutzkapiteln, damit wir da noch eine Chance haben. Und ich persönlich bin trotz allem auch, ich werde jetzt so ein bisschen nach der realistischen Einschätzung gefragt und die ist sehr schwierig, weil ich ja nicht am Verhandlungstisch sitze. Ich kann sagen, was die möchten und was ich möchte. Und ich möchte, dass auf keinen Fall Schiedsgerichte in diesem Abkommen enthalten sein werden. Ich glaube allerdings auch, dass die beiden Abkommen an der Stelle zusammenhängen. Wir werden das nicht bei TTIP rauskriegen, bei CETA drin behalten. Das wird nicht passieren, sondern entweder wir gewinnen die Schlacht, sage ich jetzt mal so und machen klar, der Deutsche Bundestag und vielleicht auch viele andere Mitgliedstaaten werden keinem Abkommen zustimmen, das Schiedsgerichte enthält. Dann sind die bei beiden raus. Oder wir schlucken einmal die Kröte und dann wird es sehr schwer, sie bei dem anderen nicht auch zu schlucken. Deswegen hängt das an der Stelle so eng zusammen. Und wird die kanadische Regierung eigentlich gerade nervös jetzt, wo die Aufmerksamkeit durch TTIP letztendlich nochmal ganz anders auf CETA auch gelenkt wurde? Und die kriegen das ja wahrscheinlich auch mit, dass in Europa sich große Proteste geregt haben. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie die Situation eigentlich in Kanada ist. Gibt das auch nochmal Auftrieb für eine kritische Bürgerbewegung in Kanada? Weil schätzungsweise ist ja da so ein Stück weit vielleicht auch das Gefühl schon gewesen, dieser Kampf wurde eher nicht gewonnen. Und jetzt guckt man nach Europa und merkt, durch die TTIP-Verhandlungen hat sich gerade wieder ganz viel bewegt. Wie ist das? Wie ist das Gefühl auch dazu? Es gibt absolut neue Momentum in unserem Zivilgesellschaft-Movementen. Und in ein paar Kommunen, tatsächlich 50 Kommunen, die vorhandenen Resolutionen, die wollen, von CETA, von CETA, von CETA. Our government didn't listen to them. This is a problem. So, yes, I would say that what the fight back here in Germany and in Europe is incredibly empowering and important to us. Our government, if we get this same government again, there'll be no movement. So, it's part of our job now is to make sure we're very ready for the October election. I do want to say one thing here, however, and that it is not just Investor State that's wrong with TTIP and CETA. It's the worst, it's the most egregious thing, but the ability of local municipalities, provinces, and states to be able to spend taxpayers' public money in a way that promotes local values, local economic development, promotes local food production, all of that's gone. And it's not as egregious or as dangerous as ISDS, but it is very bad. And I also think the regulatory harmonization process is a very dangerous precedent that is going to go hand-in-hand with the smart regulation process that the European Union is already going through. So, I just want to say that I think when you would explain to people that corporations get equal rights, they become equal in these trade agreements to countries, in fact, more powerful, and that you're privatizing a dispute settlement system, when you have courts to be doing that, people then get that. But it's important for us to say beyond that, even without ISDS, neither of these trade agreements are good for us. And that's part of the challenge we have is the other issues as well. Du hast vorhin mit uns geteilt, wie du und letztendlich auch die Bewegungen, zu denen du gehört hast, Kämpfe gewonnen hat. Wenn wir jetzt noch mal CETA und TTIP uns angucken, was sind letztendlich die wichtigsten, vielleicht so Erfolgsbedingungen oder Faktoren oder worauf müssen wir uns als Zivilgesellschaft jetzt unbedingt stürzen, um diese Kämpfe noch gewinnen zu können? Well, again, I think our government has said it will not renegotiate. So that if the movement here is strong enough to actually force the discussion of either renegotiation or in certain states in Europe, it will not be passed, then it's finished. We go back to the drawing boards and we start again and that gives us an opportunity to talk about the kind of trade and investment agreements that we would agree with, that promote human rights and justice and local sustainable food production and so on, those kind of agreements. So I think the world's ready to hear that. So my big dream would be that it all collapses and that it falls under its own weight. And you know, I've seen enough of this. I've been at the World Trade Organization meetings where they collapsed. I remember being in Cancun, Shefali was there too, and the African delegation got up and said, What part of no do you not understand? And it's just... And we were all standing outside. We had this song ready to go. The Beatles' Money Can't Buy Me Love. Well, we had rewritten it as Money Can't Buy the World. And the media had nobody to talk to because all the nation state delegates all ran off and there was nobody to talk to except to listen to us sing that money can't buy the world. And we were like on television all over the world and on the front pages of... I was on the front page of the Hong Kong Daily News and so on because we worked with our allies inside and we were able to tip the balance. And I feel that we... I mean, you know, we may lose this one. I understand that. But I honestly think we can win this one. I think that the weight of public opinion is changing on both sides of the Atlantic. We have to stay strong and not believe them when they say that this is a done deal. I'd like the whole thing gone. Dead. In Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern ist es ja durchaus so, Shefali, dass wir hier zumindest Teile der Bauern als alliierte gegen TTIP haben. Wie ist das denn in den USA? Ist die Agrarwirtschaft oder die Bauern, die Landwirte oder die Agrarindustrie, wenn du da noch ein, zwei Worte zu sagen willst, wie stehen die denn zu TTIP? There are so many interesting questions and responses that I want to weigh in on, but I will start with this one. Yeah, I forgot to mention that as part of this whole fast-track campaign, IATP, along with four other organizations, also did a fast-track letter just specifically targeting the food and farming community in the United States. And we had over 113 signatures from groups, including... And the five groups that we did this with was including the National Family Farm Coalition and the National Farmers Union. Now, the National Farmers Union is a big union in the United States. It's not the agribusiness union, but it is a big farmers union, and that has come out saying no to fast-track. So, I think, you know, we had the South Korea free trade agreement, and that happened because Obama still had fast-track authority that counted from the previous administration, because this negotiation started when there was fast-track, back in 2002 until 2007. And there were a lot of promises made from the Korean FTA that didn't come true. And so I think people are learning, and they're saying, no, this is not working for us. You make a lot of promises about all these jobs and increasing in wealth and blah, 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 but it's not actually happening. So, I think what we're starting to see is actually food and farming groups becoming much more active. Something that we, as IATP, have been doing is then really trying to make that connection to the agreements that are currently being negotiated, like the Trans-Pacific Partnership and TTIP, and to really work with food policy councils or state legislators to help them understand, look, this is really going to undermine your authority to be able to regulate, you know. You are going to have to inform a joint committee about any rules that you are planning on enacting that may be a barrier to trade. And that's the fact. That's what these agreements are trying to enshrine. So, coming back to some of this stuff, you know, you had said, is it realistic that you can take this out? It's only as realistic as how politically strong the reality changes, right? Nobody, I think many of us have been involved in trade policy advocacy or trade policy circles for years, and we have never seen this much public awareness about something called TTIP. And to me, that's mind-blowing, because these agreements are designed to be so innocuous that you can't understand what it means. But people understand what this means today, and that's fantastic. And so, I think it is more realistic than it has ever been, that you can actually stop CETA and TTIP. And this is particularly so, because it's true. We've gone through a reform thing, whatever, a consultation on ISDS. Slowly, there's more awareness rising about what does it mean, this regulatory coherence agenda. I mean, Katerina is saying, look, how do we, how can two completely disparate regimes harmonize standards? And that's true. And the way they can is because you've got the same corporate interests on both sides, and they have the same agenda. So, you would harmonize based on that common corporate agenda. That's easy to do. When you start talking about public health, environment, any other public good, yes, then it becomes very difficult to harmonize. And that's exactly the problem that they're facing right now. And this is exactly the issues that we need to be raising. It's not enough that we, you know, take out ISDS. If we can even get to a point where all the parties in the European Parliament or the majority can say, take out ISDS, that in itself may actually lead to the collapse of these agreements. But it's not enough to say that. It's a flawed model. Katerina is saying, can we also include other things? No, this model, this framework doesn't allow to include those things. Because it's a framework that is about removing barriers to trade. It's a free trade agreement. If it was another kind of trade treaty, then yes, you would have scope to address some of these issues. So, yeah, I just want to say that I feel like there's hope. Bevor ich jetzt auch die Diskussion mit Ihnen allen öffne, noch eine letzte Frage an, oder bitte eigentlich an dich, Katharina. Barbara hatte vorhin in ihrer Eröffnungs- oder Begrüßungsrede von der Europäischen Bürgerinitiative gesprochen. Er hat jetzt gesagt, wie viele Leute unterschrieben haben und wie groß letztendlich in Europa und zwar Mitgliedsländer übergreifend der Widerstand gegen TTIP ist. Trotzdem ist es ja keine offizielle europäische Bürgerinitiative. Und kannst du dazu bitte einfach nochmal drei, vier Sätze sagen? Ja, sehr gerne. Die Europäische Bürgerinitiative ist nämlich auch immens wichtig für uns als Parlamentarier. Deswegen sage ich da gerne was zu. Also ein großer Zusammenschluss unterschiedlicher europäischer Nichtregierungsorganisationen und auch einiger Parteien hatte sich entschieden, eine europäische Bürgerinitiative gegen TTIP und CETA zu starten. Und diese europäische Bürgerinitiative muss aber bei der Europäischen Kommission registriert werden. Und das hat man gemacht. Und dann hat die Europäische Kommission gesagt, das Ganze kann keine offizielle Bürgerinitiative sein, da die Verträge noch nicht fertig abgeschlossen und beschlossen sind und man sich nicht gegen etwas richten kann in einer Bürgerinitiative, was nicht schon beschlossen ist. Was im Falle dieser Abkommen sehr schwierig ist, weil wenn sie einmal in Kraft sind, dann wird es auch nicht mehr möglich sein, für uns sie zurückzuholen. Deshalb haben die Initiatoren der Europäischen Bürgerinitiative auch gesagt, sie werden dagegen juristisch vorgehen. Aber gleichzeitig, und das finde ich eine sehr kluge Strategie, haben sie gesagt, wir tun einfach so, als gäbe es diese europäische Bürgerinitiative und fangen einfach an, Unterschriften zu sammeln nach den Standards, nach denen sie eben auch im Rahmen einer Europäischen Bürgerinitiative hätten gesammelt werden müssen. Und schaffen so eine Anzahl an Unterschriften, die irgendwann nicht mehr ignoriert werden kann von den Verantwortlichen. Und mittlerweile, wir sammeln ja jetzt seit Oktober letzten Jahres, haben wir 1,7 Millionen Unterschriften schon gesammelt in der ganzen Europäischen Union und haben auch in zwölf Ländern bereits das Quorum erreicht, was man hätte erreichen müssen im Rahmen einer Europäischen Bürgerinitiative. Das sind immense Zahlen, das sind wirklich großartige Zahlen. Und wir sammeln ja noch weiter. Das heißt, ich bin sehr optimistisch, dass wir in kurzer Zeit auch die 2 Millionen Grenze an Unterschriften erreichen werden. Und das ist für uns im Parlament wirklich eine massive Unterstützung, die die Regierung auch, ich muss sagen, im Deutschen Bundestag vielleicht deutlich mehr beeindruckt, als eine kleine Opposition von 20 Prozent Grüne und Linke zusammen, die diese Abkommen kritisieren. Da sind diese Unterschriften der Bürgerinnen und Bürger schon nochmal ein zusätzliches Fund, mit dem wir argumentieren können. Und was auch ganz wichtig ist, es sind nicht nur diese Unterschriften, sondern es ist auch die fachliche Arbeit, die die Nichtregierungsorganisationen machen. Auch das ist eine wichtige Unterstützung für uns als Abgeordnete. Denn um das mal so plastisch zu machen, ich habe in meinem Büro zwei wissenschaftliche Mitarbeiter, die sich mit den Abkommen beschäftigen. Dann hat die grüne Bundestagsfraktion noch einen Referenten dazu. Das sind dann drei. Und wir beschäftigen uns da mit 1500 Seiten Vertragstext bei CETA in englischer Sprache, Handelsenglisch und bei TTIP mit einer Vielzahl unterschiedlicher Dokumente, die sich andauernd verändern, ebenfalls auf Englisch. Das heißt, die Kapazitäten, diese Vielzahl an Dokumenten zu bewerten, sind natürlich auch parlamentarisch sehr begrenzt. Auf der anderen Seite stehen große Verwaltungsapparate, die das Ganze verhandeln. Und wenn ich die Zivilgesellschaft gleichzeitig immer wieder auch Studien in Auftrag geben würde, auch Erkenntnisse zusätzlich noch mal schaffen würde, dann wäre diese Bewegung auch nicht so schlagkräftig, wie sie das momentan ist. Vielen Dank dafür. Das muss man sich schon noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also sozusagen diese Intransparenz, die Vertragstexte kennt man nicht. Die Abkommen haben keinerlei Revisionsmechanismen, aber dagegen aufbegehren als Bürgerinitiative kann man erst, wenn sie abgeschlossen sind. Und dann wird ja der Zivilgesellschaft auch gerne mal immer Polemik und Uninformiertheit vorgeworfen, was dann sozusagen der Gipfel der Frechheit eigentlich ist. So, und damit würde ich sagen, beenden wir die Diskussion hier auf dem Podium. Und ich glaube und hoffe, dass viele von Ihnen Fragen oder vielleicht Kommentare haben. Und ich schlage vor, dass wir immer drei Fragen sammeln und Sie sich ganz kurz vorstellen und genau, auch sagen, an wen Sie Ihre Frage adressieren. Es wird eine, ein Mikrofon wird rumgehen. Genau, also und dann fangen wir doch gleich mal an. Dort hinten, genau. Ja, Volker Hegmann, ganz normaler Privatmensch. Ich hätte schon drei Fragen. Nein, bin ich nicht. Vielleicht darf man das auch nicht, darf man das auch sein. Katharina, Zahlen, 97,5 Prozent von wem haben sich gegen CETA ausgesprochen, ist bei mir nicht ganz angekommen. Schelafi, 1200 oder 12.000 Organisationen, auch da war ich jetzt irritiert. Und Mord, warum sollte ein Abkommen auf ewig nicht revidierbar sein? Das habe ich jetzt so vom Prinzip her nicht verstanden. Mein Name ist Dorothee Herrlin vom Berliner Wassertisch. Ich habe eine Frage nicht nur ans Podium, sondern an uns alle. Denn wenn ich jetzt alles gut verstanden habe, geht es darum, ja auch ein bisschen Zeit zu gewinnen. Ich habe auch den Traum von Mord, dass das Ganze zusammenbricht, so wie das MAI zusammengebrochen ist. Aber dafür brauchen wir Zeit. Wir haben schon ziemlich gut gearbeitet. Ich habe am Samstag mit Unterschriften gesammelt auf der Straße und war erstaunt, wie viele Menschen, es war ganz sicher über die Hälfte, die bereits Bescheid wussten und sagten, ja sofort, ich unterschreibe. Ein Ding, wie gesagt, was sie auch sagte, TTIP ist ja irgendwie ein unverständliches Kürzel. Das heißt, wir haben schon ganz viel geleistet, aber wir müssen noch ein bisschen mehr leisten. Und deswegen würde ich gerne hier diskutieren, wie können wir noch mehr Zeit gewinnen, um noch mehr Menschen zu informieren. Und ich habe eine Frage auch an die Katharina. Es wurde ja schon mehrfach gesagt, es geht nicht nur um die Schiedsgerichte. Und ich habe große Angst, dass Herr Gabriel sich hier profiliert und sagt, ich kämpfe gegen dieses Schiedsgericht und nachher wird er sagen, ihr habt mich leider nicht durchsetzen können und wir haben den Salat. Und es wäre eine Aufgabe der Grünen Partei, auch nicht nur auf das Schiedsgericht zu fokussieren, sondern eben auf alles. Ich finde, dass die Mordes vorhin unheimlich gut nochmal dargestellt hat, was da alles betroffen ist und auf ihre Frage hin, es ist ja ein Essential dieses Vertrages, TTIP, dass da drin steht, dass das nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Das ist doch ein Unding und das ist eigentlich noch zu wenig bekannt. Wir haben ja hier in Berlin bei den Berliner Wasserbetrieben immerhin erreicht, dass ein 30-jähriger Vertrag rückgängig gemacht wurde. Das wurde teuer genug bezahlt, aber es war noch möglich. Nach TTIP ist das nicht mehr möglich. Und diesen Fakt sollte man auch noch ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit darstellen, weil das kann einem ja nur die Schuhe ausziehen. Gerhard Guldner, ich habe mein Berufsleben zur Hälfte bei der Zollverwaltung verbracht und weiß, was eine Freihandelszone ist und zur anderen Hälfte als Lehrer des Verfassungsrechts an einer Fachhochschule im Lande Brandenburg. Meine Frage richtet sich im Schwerpunkt an die Bundestagsabgeordnete, nachdem die letzten Worte von Stephanie mir schon fast die Sache aus, wie sagt man, ich habe Schwierigkeiten, mich auszudrücken, die haben eigentlich schon das Thema so angesprochen, wie ich es will. Mir geht es darum zu fragen, könnte nicht ein ganz wesentlicher Teil von TTIP schlicht verfassungswidrig sein. Und zwar meine ich diese regulatorische Konvergenz. Wenn es andere Gremien gibt, von deren Zustimmung der Bundestag quasi abhängig wird, dann wird ihm das zentrale Element, das die Verfassung ihm zuweist, entzogen. Also wenn TTIP besagt, oder CETA ist ja egal in dem Fall, der oder jener Mindestlohn, das geht nicht, dieses oder jenes Rauchverbot, das können wir nicht machen, dann kann der Bundestag darüber ja nach den Vorstellungen der Promotoren von TTIP und CETA gar nicht mehr entscheiden. Also wozu wählen wir den dann noch? Also die erste Frage war von Volker zum EU-Konsultationsverfahren zu den Schiedsgerichten in TTIP, zu der konkreten Zahl 97,5 Prozent. Das war der Anteil derjenigen, die an dem Konsultationsverfahren teilgenommen haben und die sich dann kritisch zu den Schiedsgerichten geäußert haben. Insgesamt haben 150.000 Menschen in der Europäischen Union ihre Stimme abgegeben. Das war ein offenes Verfahren, eine Homepage der Europäischen Kommission mit zwölf Fragen, wo man dann zu Einzelpunkten des Kapitels Stellung nehmen konnte oder ein Freifeld nehmen konnte, wo man grundsätzlich zu dem ganzen Kapitel Stellung nehmen konnte. Und das war sozusagen das Ergebnis der Auswertung der Europäischen Kommission. Dann hatte er noch gefragt, warum am Abkommen nicht veränderbar sein sollte. Also grundsätzlich könnten solche Handelsabkommen kündbar sein. Das haben wir den wissenschaftlichen Dienst des Bundestags auch nochmal gefragt. Natürlich können Abkommen Kündigungsklauseln enthalten. Wir hatten nur die Bundesregierung in einer kleinen Anfrage zu TTIP einmal befragt, ob TTIP eine Kündigungsklausel enthalten sollte und damals haben sie uns Nein gesagt. Bei Investitionsschutzverträgen ist das in der Regel so, dass die Kündigungsklauseln enthalten. Allerdings laufen diese Investitionsschutzverträge dann noch 15 bis 20 Jahre weiter. Also nach Kündigung haben diese Regelungen dann 15 bis 20 Jahre weiterhin Bestand, was natürlich massiv schädlich ist, weil man dann über so eine lange Zeit diesen Handlungsspielraum nicht hat. Dann hatte Dorothee gefragt, warum sich die Grüne Partei auf Schiedsgerichte fokussiert und die andere Kritik noch nicht diesen Raum gefunden hat. Ich habe genau deshalb auch in meinem Vortrag recht wenig zu den Schiedsgerichten gesagt und stärker was zur Angleichung von Standards und der regulatorischen Kooperation, weil das für uns ein zweites sehr wichtiges Thema ist. Warum in der Öffentlichkeit die Kritik an den Schiedsgerichten stärker wahrgenommen wurde, liegt auch daran, weil wir da konkrete Texte hatten, anhand derer wir schon argumentieren konnten. Die EU-Kommission hatte den Entwurf des Investitionsschutzkapitels in TTIP veröffentlicht und wir konnten ganz konkret sagen, das und das daran ist schlecht. Bei der regulatorischen Kooperation haben wir jetzt erst im Januar diesen Jahres erste Entwürfe bekommen, aber auch noch nicht abgestimmte Entwürfe der EU, wie das gegebenenfalls aussehen könnte. Wir kennen auch in den einzelnen Branchen die Ergebnisse noch nicht. Das heißt, wir formulieren dort immer all das, was aus unserer Sicht nicht verhandelt werden darf, aber wir können noch nicht konkret sagen, es wird so und so kommen, weil wir diese Texte nicht haben. Und das macht Kritik natürlich immer viel schärfer und viel stärker, wenn wir auch konkret schon belegen können, wir wissen, dass ihr das und das so verhandelt. Aber wir haben in all unseren Anträgen, die wir in den Bundestag eingebracht haben, niemals nur die Schiedsgerichte kritisiert, sondern immer auch noch gesagt, es darf auf keinen Fall zu einer Absenkung von Umweltschutz, Verbraucherschutz, Sozialschutzstandards kommen. Wir haben die Kultur, den Datenschutz und den Bereich der öffentlichen Dienstleistung immer mit angesprochen, als für uns wichtige Themen. Aber da brauchen wir eben auch noch mehr Fakten, um diesen Protest noch stärker machen zu können. Und dann war die Frage von Gerhard zur Verfassungswidrigkeit von TTIP. Das bezieht sich ja in der Debatte insbesondere dann auf die Schiedsgerichte, weil die ja die Entscheidung treffen. Da gibt es unterschiedliche Rechtsauffassungen. Also es gibt zwei Gutachten von Fischer-Lescano und Herrn Bross, die die Auffassung vertienten, dass die Schiedsgerichte in TTIP verfassungswidrig sind. Wir haben den Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages befragt, der da eher zu einer anderen Einschätzung kommt und sagt, es hängt davon ab, weil wir diese Kompetenz an die europäische Ebene durch den Vertrag von Lissabon übergeben haben, inwieweit der europäische Gerichtshof einbezogen ist in dieses Schiedsverfahren. Und man müsste gegebenenfalls im Rahmen eines Gutachterverfahrens mal beim europäischen Gerichtshof klären, inwieweit das mit dem europäischen Recht vereinbar ist. Aber dadurch, dass wir diese Kompetenz übertragen haben auf die europäische Ebene, ist es eigentlich eine europarechtliche Frage. Bei der regulatorischen Kooperation ist das Ganze so, dass die Bundesregierung uns bislang sagt und dass die Entwürfe, wie sie jetzt auch ausgestaltet sind, dieses Gremium keine Beschlussfassungskompetenz haben soll. Also der Regulierungsrat soll keine Beschlüsse fassen können, die dann Beschlüsse des Bundestages außer Kraft setzen, sondern diese Wirkung käme, wenn der Bundestag einen Beschluss fasst und dann vor einem Schiedsgericht dagegen geklagt würde und man sich dadurch unter Druck gesetzt fühlen würde, diese Beschlüsse wieder zurückzunehmen. Allerdings, wie gesagt, wir kennen die Kompetenzausgestaltung des Regulierungsrates auch noch nicht im Letzten und werden das eben prüfen müssen, wenn es vorliegt. Bislang steht jetzt in dem Entwurf, den wir kennen, immer überall, dass das Recht auf Regulierung gewahrt bleiben soll. Das ist dann eine Interpretationsfrage, mit der sich die Juristen beschäftigen müssen, ob das dann am Ende auch so ist. Ich bin Volkswirtin und bin da immer gerne auch auf die Expertise komme ich der Juristen zurück. Okay, dann machen wir direkt die nächste Runde. Eva, möchtest du jetzt? Ja, danke. Eva Quistop, ehemalige Europaabgeordnete, die mit vielen gegen das MAE und GATT gekämpft hat und ich freue mich irre über eure Kompetenz und euer Engagement und die Erfolge und die Proteste in den letzten Wochen doch, sagen wir mal so, weil auch Mord ja darauf hingewiesen hat, dass sozusagen diese Monster und diese Geier in unterschiedlicher Form mit vielen Thinktanks zusammen und mit vielen Juristen zusammen im gewissen Sinne immer wiederkommen, so ungefähr alle zehn Jahre, dass ich glaube und weiß, wir brauchen Hoffnung, wir dürfen nicht resigniert sein, wir müssen auf verschiedenen Ebenen, wie Katharina es auch gesagt hat und Dorothea, kämpfen und uns Chancen geben, aber ich glaube auch, wir müssen etwas realistisch sein und zwar nicht, um zu meinen, wir schaffen es nicht, sondern um die Strategie, auch die gemeinsame Strategie noch mal genauer zu überlegen. Also daher würde ich gerne noch was hören über die Rolle der Gewerkschaften, sowohl in Kanada wie in den USA wie in Europa. Da gibt es ja auch nicht nur eine, wir sind ja auch relativ zersplittert als Europa, würde ich doch auch mal realistischerweise sagen und bezogen auf die 350 Millionen Europäer ist die Bürgerinitiative extrem klein. Also würde ich sagen, wir alle hier sollten jetzt wirklich sammeln gehen. Dann auch die Rolle der Wahlen, dass damals zwischen 98 und 2000 ihr netterweise Deutschland gelobt hat, nicht, dass alles gut gewesen wäre von Rot-Grün, aber da hatten wir eine rot-grüne Regierung und da hat es auch noch nicht so viel Abbau von Demokratie und politischem Engagement und so viele Nichtwähler gegeben wie heute. Also die Rolle von Gewerkschaften, mich würde auch interessieren, die Rolle von Thinktanks und Universitäten. Es gibt ja jetzt auch, wenn man auf Piketty guckt, der ist ein richtiger Starr geworden, oder Crouch, gibt es ja an Universitäten und so medial, so allgemeine Debatten über den Niedergang des Kapitalismus und der Demokratie. Merkwürdigerweise wird es aber selten mit diesen konkreten Kampagnen verbunden, dass man wenigstens an der Stelle jetzt auch die Rolle von Wissenschaftlern, Thinktanks und Universitäten mal stärker einbezieht und die Rolle der globalen Medien. Wir können erleben, wie jetzt das Flüchtlingsthema plötzlich wieder da ist, dann ist eine Weile ein Flugzeugabsturz, zwei Wochen lang in den Medien. Aber müssen wir nicht auch da noch besser werden, in der Kooperation zumindest auch zu informieren, welche Ablenkungsmanöver, welche Diffamierungsmethoden es in den Medien gibt. Mir war sehr wichtig, dass Maud gesagt hat, Kanada ist nicht mehr so progressiv. Und außerdem, das fand ich sehr gut bei dir, Katharina, das ja eigentlich verhindert wird, auch durch das, was nicht drinsteht, dass bessere Standards, die wir seit zehn Jahren oder seit 15 Jahren bezogen auf globale Finanzmärkte fordern, nicht drin sind. Also wie können wir bei dem Thema, ach es geht um Harmonisierung und das brauchen wir doch gegenüber dem großen China oder wir wollen doch nur Standards setzen. Das ist immer der simple Satz von Frau Merkel, die macht ja durch ihre Simplifizierung, wirkt die ja ideologisch, diese Frau. You couldn't get her yesterday. Aber dass wir sagen, nein, es werden Standards der Demokratie unterlaufen. Ich glaube, diese Entdemokratisierung, die mit CETA und TTIP verbunden ist und dann mit dem Pazifischen, sollten wir auch mehr wissen, dass wir die auf kommunaler Ebene und auf anderen Ebenen noch mehr angehen. Super. Direkt einmal das Mikrofon hinter dich geben, bitte. Ja. Und danach. Hallo, hier ist Jörg Haas von Campact. Ich habe eine Frage an Katharina Dröge. Vor kurzem hat die baden-württembergische Landesregierung einen Beschluss zu TTIP gefasst. Der hat sich lange über die tollen Chancen von TTIP ausgelassen und dann noch eine Reihe von Kriterien aufgezählt, was man irgendwie alles auch noch in TTIP haben will. Zu CETA irgendwie gar kein Wort. Mich würde einfach interessieren, was du von diesem Beschluss hältst und inwieweit man sich eigentlich auf Baden-Württemberg verlassen kann, wenn es im Bundesrat um die Ratifizierung von CETA gehen wird. Ich habe auch eine Frage an die sehr geehrte Frau Katharina Dröge. Mir geht es darum, dass kann man nicht beim TTIP auf jeden Fall ein gutes Verbraucherschutzabkommen abschließen. Es ist doch ein Unding, dass von den USA bespritzte Hühnerfleisch importiert wird nach Europa. Das ist doch ein Unding. Man soll doch darauf achten, dass die Nahrungsmittel nicht chemisch behandelt werden, die wir aus den USA bekommen. Und dann muss auch dafür gesorgt werden, dass die US-Pharma-Unternehmen haben es mal versucht, Medikamente hier nach Europa einzuschleusen. Die haben noch nicht mal einen Schutz, solche Medikamente hier zu importieren. Auch da muss fair verhandelt werden, damit unsere Pharmaindustrie keinen Verlust bekommt hier. Vielen Dank. Ich würde sagen, wir nehmen einfach noch mal zwei Fragen dazu und dann danach nach der Runde auf dem Panel oder nehmen wir noch mal drei letzte Fragen dazu und dann geht es runter und dann können wir unten im Foyer beim Weinen weiter diskutieren. Dann ist hier noch eine Dame, da hinten ein Herr und hier auch noch ein Herr. Au, und Sie habe ich vergessen. Oh, dann nehmen wir Sie auch noch mit dazu. Ich fand das von der amerikanischen Kollegin, den Namen konnte ich mir nicht merken, sehr wichtig. Ich finde, dass in Deutschland sehr unterbelichtet ist, diese Schnelldemokratie. Ich könnte mir vorstellen, dass das ähnlich wie dieses ISDS-Verfahren skandalisierbar wäre. Denn die USA als Staat, der Demokratie in die Welt tragen will, schafft ja mit diesem Verfahren Demokratie ab. Und wenn man das skandalisiert, also dass das sozusagen uns dann auch droht, dann ist das noch mal ein zweiter Punkt neben ISDS. Also ich finde, es wäre kampaggefähig. Also würde Sie da ermuntern, das zu machen? Ich möchte noch einen, weil ich das Buch von Maud Barlow gelesen habe und durchgeackert habe, weil ich selber Vorträge da so gehalten habe, möchte ich einen Aspekt erwähnen, den sie nicht genannt hat, nämlich, dass tatsächlich in der Welt das Wasser weggeht. Also dass es verschwindet. Und dass dann, wenn wir uns nicht darum kümmern, die Menschen sich in Bewegung setzen werden und auch nach Europa kommen werden. Die Flüchtlingsströme werden zunehmen. Und wir haben ja jetzt das Flüchtlingsproblem in Europa sozusagen plastisch. Das wird noch viel schlimmer werden, also wenn die Leute loslaufen. Und dieses sozusagen, dieses Problem, TTIP und CETA an dem Wasserbeispiel hochzuziehen, das würde ich mir auch von den Grünen wünschen, weil Wasser wird automatisch von allen Menschen auf der Welt sofort verstanden, dass das kein Handelsgut sein darf. Und das ist mir, ehrlich gesagt, sozusagen in der Kampagne noch unterbelichtet. Das könnten wir alle, jeder an anderer Stelle besser machen. So, jetzt noch drei letzte, etwas kürzere Wortmeldungen. Ja, hallo, mein Name ist Rico Bergemann. Ich bin Stipendiat der Heinrich-Böll-Stiftung und meine Frage geht auch an Katharina. Du hattest dich in Bezug auf die Frage zur Verfassungsrechtlichkeit vorhin vorrangig auf TTIP bezogen. Zu CETA legen ja deutlich mehr Informationen vor. Es wurde auch mehrmals gesagt, dass die beiden von dem grundsätzlichen Aufbau sehr ähnlich sind. Kann man da vielleicht schon ein bisschen mehr was dazu sagen im Hinblick auf die Regulatorien und die Schiedsgerichte, ob das überhaupt, sei es mit nationalem Recht oder den EU-Verträgen, überhaupt vereinbar wäre? Dann die Dame hier vorne. Sie bekommen sofort das Mikro. Ich habe eine Frage an Germaine, einmal zu der regulatorischen Kooperation. Soweit ich das verstanden habe, gibt es so ein Verfahren, was Umweltregeln betrifft, ja in den USA schon. Und das ist ja das Problem dabei, so wie ich es verstehe, dass im Vorfeld schon auf die Gesetzgebung Einfluss genommen wird. Also was heißt, das geht in die Richtung, die Sie sagten, damit wird eben das Parlament vollkommen eingeschüchtert oder eigentlich auch bei einer freien Meinungsbildung schon behindert. Also da wäre meine Frage, ob das richtig ist. Und eine zweite Frage. Aus den Verhandlungen weiß ich, dass USA immer sagt, was die öffentliche Beschaffung betrifft, da kommt ihr von Europa nicht rein, denn das machen unsere Staaten, die Einzelstaaten und die Kommunen. Und das werden wir auch nicht in Frage stellen. Europa macht genau das Gegenteil. die sagen, wir geben unsere öffentliche Beschaffung und die Selbstverwaltungskompetenz der Kommunen vollkommen auf, was ich auch wieder für absolut verfassungswidrig halte. Das kann gar nicht abgegeben werden, meiner Ansicht nach. Ja, also da ist meine Frage, ob das stimmt, dass in die USA also da quasi so ein Schutzschild gegenüber dem Freihandelsabkommen eigentlich hat. Und eine letzte Sache. ich glaube, jetzt sind Sie... Nee, eine letzte Sache vielleicht noch. Aber dann müssen Sie ganz, ganz kurz... Also weil Mord uns ja so viel Mut gemacht hat. Und deshalb meine ich, dass etwas nie, nie, nie veränderbar ist, das gibt es gar nicht. Wenn das Volk das nicht will, dann geht immer alles zu verändern, auch Freihandelsabkommen. Ich will damit jetzt nicht das runterspielen. Jürgen Lexow. Ich bin auch als Privatmann hier, gehöre nicht nur keiner Bürgerorganisation an, sondern weiß noch nicht einmal, ob ich für oder gegen das Abkommen sein soll. Viele der genannten Argumente kann ich nachvollziehen, die machen mich auch betroffen. Aber Freihandelsabkommen haben auch wesentlich dazu geführt, dass wir den guten wirtschaftlichen Standard haben in Europa, wie er jetzt gegeben ist. Es wird berichtet, Investitionsschutzabkommen sind in diesen anderen Freihandelsabkommen auch enthalten und werden von deutschen Firmen stärker in Anspruch genommen als von anderen Firmen. Meine Frage geht eigentlich in die Richtung, wenn jetzt also TTIP und CETA scheitern, aber das Trans-Pacific-Partnership-Abkommen seinen Lauf nimmt, wo stehen wir dann mit unseren hohen Standards, die nicht unbedingt auch den hohen Standard haben, wie in den USA, wie wir gehört haben. Regulatorische Angleichung erfordert in Europa ein Aufeinanderzugehen und eben auch global. Da würde ich gerne mal sehen, wie ist Ihre Stellung dazu. So, eine letzte Runde auf dem Podium. Shefali, can you start with the questions which we're addressing you? So, the first question was about Fast Track and whether that's something that is campaignable here in Europe. And Fast Track is actually a legislative process in the US. It's about giving our president trade promotion authority so he can sign the agreements and Congress can't really do anything other than say yes or no. So, it's not really a campaign that you can do in Europe. It's a campaign that has to happen in the United States and it's great that there are so many people that are fighting that now. In terms of public procurement or public services, the US is also party to the government procurement agreement in the WTO. So, it does mean that they do liberalize the procurement area maybe not as much as the European Union does and it's a fact that the European Union really wants to get into the US procurement market. They've made that very clear and they're quite aggressive about it. So, there are different standards in terms of how the European Union treats procurement and the United States. but I wouldn't say that the United States has this protective shield. So, they do retain a lot of authority but they obviously allow liberalization and procurement as well. But I think this will be a contested issue in TTIP for sure. Yeah, I hope I forget I don't forget any of the questions. The first question was from Eva about the role of the government and the government is here in Germany there can I to answer very ambivalent. On the one hand Verdi as a service of the government has been very kritically positioned especially for the role of the public of the government in the TTIP TTIP-Verhandlung. The DGB had actually a very kritical Beschluss made a kind of Compromise with Sigmar Gabriel made that in the Öffentlichkeit verkauft as TTIP TTIP-Nein-Beschluss Ja, aber wenn man sich den Beschluss anguckt da muss man eigentlich sehen da sind so viele rote Linien drin formuliert dass man einfach ein komplett anderes Mandat braucht um diese Linien erfüllen zu können sodass ich ihn weiterhin interpretiere als TTIP-Nein-Beschluss Er ist nur leider medial anders verkauft worden was natürlich die Mobilisierungskraft in den Gewerkschaften auch ein Stück weit geschwächt hat da hoffe ich einfach dass da nochmal eine Debatte in Deutschland auch entsteht dann die Frage von Jörg Haas nach dem Kabinettsbeschluss der Landesregierung Baden-Württemberg also das was da an positiver Erwartung hinsichtlich TTIP drinsteht das teile ich explizit nicht wenn man sich die Forderungspunkte anguckt die im Kabinettsbeschluss jetzt drinstehen zum Investitionsschutz zu den Verbraucherschutzstandards zu der öffentlichen Daseinsvorsorge zur Kultur dann sind da schon sehr viele auch sehr klar formulierte kritische Punkte wo ich ebenfalls sagen würde mit diesem Verhandlungsmandat werden die nicht erfüllt werden und wenn Baden-Württemberg seinen eigenen Kabinettsbeschluss ernst nimmt dann können die da eigentlich am Ende nur Nein sagen und jetzt hoffe ich einfach dass sie das was sie beschlossen haben auch ernst nehmen und kann da nur an sie appellieren dann sie haben leider ihren Namen nicht gesagt sie hatten gefragt nach TTIP und Verbraucherschutz das ist ein sehr wichtiger Punkt den wir Grünen auch in den Verhandlungen immer kritisiert haben dass es im Bereich Lebensmittel im Bereich Kosmetika eben um diese Anerkennung von gegenseitigen Standards geht und man muss sich einfach anschauen dass die USA und die EU sehr unterschiedliche Regulierungsphilosophien haben wir haben in der Europäischen Union das Vorsorgeprinzip also erlauben Produkte auch da nicht wenn wir noch nicht hundertprozentig wissenschaftlich nachgewiesen haben dass sie schädlich sind aber aus Vorsorgegründen erlauben wir sie nicht und dieses Prinzip wird auch im Rahmen des internationalen Handels auch bei der Welthandelsorganisation schon angegriffen und ist beispielsweise im Fall USA gegen die EU Hormonrindfleisch auch schon sind wir verurteilt worden Strafzahlungen zu zahlen an die USA und das ist für uns ein ganz wichtiges Prinzip als Grüne dieses Vorsorgeprinzip auch zu schützen und wir werten die TTIP-Verhandlungen momentan als Angriff auf dieses Vorsorgeprinzip dann hatten sie auch nochmal nach das hatten sie ja Shefali auch gefragt nach dem Fast Track da möchte ich nur eins ergänzen da wogegen die amerikanischen Kolleginnen jetzt kämpfen das ist in der EU schon Realität also wir haben quasi dieses Ergebnis schon dass das Parlament nur Ja oder Nein sagen kann wir würden uns freuen wenn wir diese Möglichkeit gehabt hätten dagegen anzukämpfen aber de facto ist es so dass die Parlamente einem fertig ausgehandelten Abkommen nur in Gänze zustimmen können oder in Gänze Nein sagen können was es für uns eben dann also was für uns dann am Ende auch einen enormen Druck erzeugen wird wenn diese beiden Handelsräume so lange miteinander verhandelt haben so viele Beamte so viel Geld da reingeflossen ist dann wird natürlich am Ende der politische Druck auch enorm sein zu sagen jetzt müsst ihr auch Ja sagen jetzt könnt ihr doch nicht noch wegen bestimmten Umweltschutzregulierung dieses Handelsabkommen stoppen das ist so gefährlich an diesem Gesamtpaket wir können als Parlamente eben nicht sagen Teile finden wir vielleicht ganz gut und Teile finden wir schlecht oder so oder Änderungen vorschlagen das ist für uns überhaupt nicht möglich und da wünsche ich nur den Kolleginnen und Kollegen in den USA viel Glück dass sie dieses Recht behalten weil ich finde das ist ein ganz wichtiges demokratisches Recht für Parlamente auch Änderungen noch vorzunehmen an Entwürfen über die sie entscheiden müssen dann Rico hatte nochmal gefragt zu den verfassungsgerichtlichen Fragen hinsichtlich der Schiedsgerichte ist es das gleiche was ich jetzt zu TTIP gesagt habe hinsichtlich der regulatorischen Kooperation ist unsere Einschätzung weil sie in CETA anders formuliert ist als wir das in TTIP befürchten dass es da keine Möglichkeit gibt verfassungsrechtlich gegen vorzugehen und dann zum Thema öffentliche Beschaffung das war noch der Punkt da finde ich einen Punkt wichtig also was im öffentlichen Beschaffungsbereich beispielsweise verhandelt wird sind Schwellenwerte für die öffentliche Auftragsvergabe was muss jetzt schon europäisch ausgeschrieben werden was muss künftig transatlantisch ausgeschrieben werden und diese Schwellenwerte sind jetzt schon für die Kommunen eine hohe Belastung also jetzt schon die europaweite Ausschreibungspflicht ist für die Kommunen oft ein hoher bürokratischer Aufwand teilweise auch eine Überforderung und wenn diese Schwellenwerte in TTIP oder CITA verankert sind dann werden sie eben auch nicht mehr rückgängig gemacht werden wir kämpfen eigentlich auf Ebene der Europäischen Union darum dass diese Schwellenwerte verändert werden aber diese Ausschreibungspflichten sind auch im europäischen Recht schon geregelt also da haben wir auch im europäischen Recht schon eine Baustelle jetzt hoffe ich habe ich alle Fragen beantwortet ich glaube auch vielen herzlichen Dank Katharina Maud you have the final word I will be very very short just I'll make a connection between Krista's comments and question and Dorothea's because yes we have to find a way we just cannot accept that these agreements that the majority of people don't want we have no choice over so we have to but the biding time winning time I think is an extremely important tactic our government has announced three times the final signing of CETA the last time they did it all the journalists were making fun of them and there were cartoons you know it's like it gets embarrassing after a while so it's very important for us to just try to string this out as long as we possibly can and that's part of the tactic and I just wanted to make a comment or just to add to your thoughts about the trade unions they are mixed in my country in terms of and in the United States as well our public sector union has been wonderful and I was recently invited to speak to a public services international gathering in Washington on trade and it was the first time in a long time public services international really looked at trade because what you find is that the individual trade unions get involved in particular fights and then life moves on and I find this for the development community as well you know it's like free trade is part of life and there's nothing you can do about it so let's just live with it and we really have to go back and challenge that and just tell you one last funny story early on in the CETA days we put on a big event on CETA and we invited the head of one of the big unions the public sector unions and he came in and there was a lot of people a lot of media and stuff and he obviously had somebody do his notes for him and he hadn't thought 10 minutes about what this CETA thing was so I was on first and I gave the big general profile and he was sitting there going with his jaw down to his chest listening to it for the first time and what it meant to workers and all of the things he cared about and I sat down and he turned to me and he said Maude this is terrible we have to do something I said pushing back on not just the trade union movement but the development community because I really find that with certain exceptions they've just bought into the notion that it's inevitable I call it a train it's like the train this is the train and everybody is on the train and some people would like to change it a bit but they got on the train and we don't have to be on this train right genau und vielleicht fährt der Zug ja auch gar nicht mehr so lange weiter wie du vorhin gesagt hast es sind eigentlich letzte Zuckungen eines scheidenden Regimes und eigentlich haben wir auch gestern in einer kleineren Runde gesagt es ist doch eigentlich gar nicht mehr die Zeit für Freihandels Abkommen kommen warum das denn bloß jetzt und damit möchte ich Sie einladen noch zu einem Glas Wasser oder Wein unten bei uns im Foyer und vielleicht noch ein paar netten weiteren Diskussionen vielen Dank dass Sie da waren und vielen Dank an meine Gäste hier auf dem Panel vielen Dank Maud dass du so weit zu uns gereist bist